Ich saß mit Brüdern in Mekka und wir reden über Umrah und Hajj und die Preise und so und weil viel, das ist ja ein schönes Thema Saudi-Arabien, die Preise, diese Verbrecher und dies und das. Und da sagte einer, hab ich gesagt, Bruder, machst du Urlaub? Sagt er, ja, ja. So, und was gibst du im Urlaub aus? Sagt er, boah, jetzt hab ich für 10k Urlaub gemacht. Ich hab gesagt, hast du schon mal Hajj gemacht? Sagt er, nee. Ich hab gesagt, Bruder, das ist ein Problem bei Allah. Er so, warum? So, weil du hast Freiheit, Mittel, Gesundheit, du bist Muslim, du bist, dein Akel ist da. Aber du machst das nicht. Und weil Nefsi, Nefsi. Der meinte, hä, ich hab gesagt, ja. Ich saß mit einer anderen Person, einer Geschäftsperson. Ich sag, Bruder, der ist, Mashallah, hat die Millionen schwer gemacht. Ich sag, hast du schon Hajj gemacht? Sagt er, nein. Ich sag, hä, warum? Ja, komm mal so. Ich hab gesagt, Bruder, mach Hajj. Das ist eine Säule. Allah hat dir doch alles gegeben. Warum machst du das nicht?